Für Verteidiger der modernen Dieselmotoren war es eine Hiobsbotschaft. Laut Bundesumweltamt überschreiten auch Fahrzeuge der strengen Euro 6 Norm im Alltagsbetrieb die EU-Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide um ein Vielfaches. Demnach stoßen diese im Schnitt auf der Straße 507 Milligramm Stickoxide pro Kilometer aus. Weit mehr als die unter Laborbedingungen vorgegebenen 80 Milligramm. Das könnte die derzeit gezimmerten Luftreinhaltepläne in Bedrängnis bringen. Er sieht indessen nicht rot für den modernen Dieselmotor im Kampf um bessere Luft und Klima. Ministerpräsident Winfried Kretschmann vertraut auf ihm gegenüber kürzlich gemachte persönliche Ansagen der Automobilhersteller. Ich habe jetzt zwei Besuche gemacht bei Mercedes-Benz und bei Audi und mir nun die neue Motorengeneration angeschaut bei der Firmen. Wir haben im Realbetrieb selber auch eine Testfahrt gemacht. Und ich nehme ja nun nicht an, dass wenn Testfahrten mit dem Ministerpräsidenten gemacht wird, dass da wieder was nicht stimmt. Das nehme ich nun wirklich nicht an. Die von den Ingenieuren erbrachten Leistungen seien eindrucksvoll. Kretschmann bleibt dabei. In Entgegensetzung zu anderen Grünen, der Diesel sei der beste Verbrennungsmotor, den man habe. Also es geht darum, dass wir die Dinge laufen, verbessern. Mit Vergangenheitsbewältigung ist auch wichtig, aber nicht so sehr für mich. Ich muss gucken, dass in der Zukunft die Dinge richtig laufen. Das ist das Entscheidende. Und im Übrigen, ich habe mir das nochmal geben lassen, wenn man die Emissionen anschaut, dann verbessern sie sich im Übrigen von Jahr zu Jahr. Verhalten optimistisch ist Kretschmann auch, dass die Umrüstung von Dieselfahrzeugen der Euro-5-Norm auf Euro-6 doch noch klappt. Dort liefen die Gespräche. Im Fall des ab 2018 wirksamen neuen Luftreinhalteplans für Stuttgart sollen Anfang Mai erste Umrisse präsentiert werden. Bürger können derzeit Vorschläge machen, wie Fahrverbote umgangen werden könnten. Und juristische Einwände dagegen können beim Regierungspräsidium Stuttgart erhoben werden. Und nach diesem Anhörungsprozess wird dann der Luftreinhalteplan finalisiert und spätestens Ende August 2017 verabschiedet. So dass die darin enthaltenen Maßnahmen dann 2018 in Kraft treten können. Indessen hatte Kretschmann im Vorfeld angedeutet, dass das Land durch Entwicklungen, die zur Unterschreitung der EU-Grenzwerte führen, durchaus bereit sei, von geplanten Fahrverboten abzusehen. Drei, Drei. Drei, Drei. Drei.